Willkommen zu einer neuen PiscadoTV-Folge und ich beginne mit den News. Von diesem Sonntag bis Donnerstag in der Woche ist die Chorfahrt nach Wien. Ich glaube, das wird richtig schön für alle, die da mitfahren. Am Donnerstag kommen die Schülerinnen, die den Besuch hier machen, aus Madrid, genau den Ortsteil weiß ich jetzt nicht mehr. Die sind dann von dieser Woche Donnerstag bis nächste Woche Donnerstag hier bei uns. Auch am Donnerstag ist die Kurzfilmnacht im Atelierhaus. Das sind Kurzfilme, die auch teilweise von unseren Schülern gemacht wurden. Wenn man da mal vorbeischauen will, das lohnt sich wirklich. Am Freitag ist dann noch Aktion Tagwerk. Da nehmen wir euch natürlich auch mit. Aber das werdet ihr dann erst in der nächsten Folge sehen. Ja, und ich bin auch sehr gespannt, was ihr alle so an Aktion Tagwerk macht. Genau, und apropos Aktion Tagwerk oder Tag für Robona, wie es ja eigentlich heißt. Wir sammeln ja immer an Aktion Tagwerk Geld für unsere Partnerschule dort für Projekte. Und dieses Jahr und auch letztes Jahr ist es ja immer noch für den Bau des jungen Internates dort. Und dann haben wir jetzt hier nochmal zwei Videos für euch. Letztes Jahr haben wir ja auch schon ein paar Ausschnitte gezeigt, wie weit sie jetzt im Projekt da vorangekommen sind. Und jetzt ist schon das Dach gebaut worden. Also können wir sehen, dass wir die Rücken sind. So können wir sehen, dass die Rücken ist. Und außerdem ist auch schon die Elektroinstallationen im Bau wurden schon fertiggestellt und das Geld, was wir dann am Freitag erwirtschaften, was hoffentlich sehr viel ist, geht dann auf jeden Fall in Türen und Fenster und vielleicht auch schon ein bisschen fürs Verputzen wird es genutzt. Es gibt auch die Esterste-Manager, die Zahweya. Es gibt auch die Esterste-Manager, die Zahweya. Und obwohl das Jungs Internat auch noch nicht fertig ist, hatte dort der Bischof neulich eine Jugendkonferenz geleitet und da haben wir auch ein paar Videos für euch. Und wie ihr für euch vielleicht erinnert, hatten wir auch einen Austauschschüler, beziehungsweise unser ehemaliger Austauschschüler, Jonat, der hatte ja schon zweimal im Debattieren die Meisterschaften gewonnen und jetzt hatte er im Mai auch im Parlament, also im organischen Parlament, debattiert und dort auch wieder gewonnen. Dafür haben wir jetzt auch nochmal, oder davon haben wir jetzt auch nochmal drei Bilder für euch. Ja und ich mache jetzt weiter mit dem kuriosen Feiertag und zwar ist heute der Tag der Margarita-Pizza und vielleicht wollt ihr ja heute nochmal mit eurer Familie essen gehen und euch eine Pizza bestellen und vielleicht sogar eine Margarita. Und passt, zu diesem Tag habe ich jetzt auch den Witz der Woche und zwar geht er so, er ruft eine Blondine bei der Pizzeria an und bestellt eine Pizza. Sagt er so, ja was darf es sein? Und dann meint sie, ja ich hätte gerne eine Pizza Margarita. Okay, wollen Sie die Pizza dann in sechs oder in acht Stücke geschnitten haben? Da sagt die Blondine, machen Sie die bei sechs, acht schaffe ich glaube ich nicht. Das war der Witz der Woche. So und zum Zeitenteil haben wir euch am Samstag, also gestern, zum Festgottesdienst mitgenommen, genau von den achten Klassen aus unserer Schule. Ja und es war sehr schön, wir waren ja auch schon letztes Jahr dabei. Ja, viel Spaß dabei. Ja, viel Spaß dabei. Liebe Jugendliche, liebe Eltern, Großeltern, liebes Kollegium, liebe Festgemeinschaft, lieber Pusaukur. Seien Sie recht herzlich hier begrüßt in der wunderschönen Peturkirche zu eurem Festgottesdienst auf dem Weg. Und Familie für jeden, der mich mag. Danke für Sturm und für Hitze. Danke, dass meine Kraft du prüft. Danke für alles Ungeschickte. Himmlischer Vater, hab Dank, dass hier in der Pfarrkirche einmal wieder ein Gottesdienst stattfindet. Ich hab das Dank, dass Menschen gekommen sind, die neugierig sind, dass ihre Kinder auf dem Weg zu dir hin erarbeitet haben. Komm und segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Unsere Freundinnen und Freunde, die heute hier einen besonderen Tag haben, der uns zeigt, dass wir nun alle langsam erwachsen werden. Lass uns gemeinsam weiterhin eine großartige und unbeschwerte Schulzeit und Freizeit mit Ihnen vollbringen. Hilf uns, dass wir dabei stets fair miteinander umgehen. Uns in unserer Unterschiedlichkeit tolerieren, füreinander einstehen und immer füreinander da sind. Auch wenn es jemandem mal nicht so gut geht. Applaus Er segne und öte euch. Der Herr ist sein Angesicht leuchtend über euch und sagt nicht medisch. Er sagt euch zu. Fürcht euch nicht. Ich bin mit euch, wohin du auch gehst. Deshalb geht unverzagt in diese Welt und sorgt für das Gute, für die Gerechtigkeit und dass die Liebe Gottes sich in dieser Welt vermiedert. Amen. Applaus Ich bin mit euch, wohin du auch. 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 Das war's mit der heutigen Piscado-TV-Folge. Ich und Elsa hinter der Kamera. Hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!